Musik Herzlich Willkommen liebe Leute zu dem zweiten Mist of Pandaria Szenario Preview Diesmal mit dem schönen Titel Ungar Ingo, beziehungsweise Sommer, Sonne, Strand und Bier Ja, wir müssen hier Braumeister Bo, beziehungsweise doch Braumeister Bo begleiten erstmal im Schritt 1 Ja, auch dieses Szenario besteht aus drei Phasen mehr oder weniger Ja, Braumeister Bo begleiten, dabei natürlich hier die ganzen Ungar Speerschufte töten Beziehungsweise diese kleinen Äffchen, ich nenne sie jetzt einfach mal Äffchen töten Und ja, Braumeister Bo hat jetzt hier wohl keinen Bock mehr zu warten Er läuft jedenfalls vor, auch wenn wir hier noch mitten im Fight sind Sind Level 90er Mobs, Non-Elite haben also um die 400.000 Lebenspunkte Und der gute Braumeister ist jetzt schon vorgelaufen Wir waren jetzt hier erst ein bisschen verwirrt, wo ist er hin? Jetzt nachhinein im Video habe ich es gesehen gleich Aber allerdings als ich das gespielt habe, habe ich es nicht gesehen Erst dann als ich da vorne gesehen habe, er kämpft da vorne, beziehungsweise Er scheint gleich einfach wieder im Video Und falls ihr euch fragt, die Insel kenne ich doch, Ungar Ingo Da war ich doch schon mal, ja, das ist richtig Die ganzen Szenarien finden an mehr oder weniger bereits bekannten Schauplätzen statt Hat man ja vielleicht schon im ersten Szenario Preview gesehen Dort waren wir irgendwo im Jadewald Und jetzt befinden wir uns an der äußersten Insel von der Karazank-Wildnis Und ja, habe ich euch in meinem Video Preview, glaube ich, auch schon gezeigt Da habe ich dann gesagt, habe ich da sogar vielleicht richtig vermutet, dass hier ein Szenario entstehen könnte Ich weiß es nicht mehr Auf jeden Fall ist das hier das Szenario Ungar Ingo In der Karazank-Wildnis Also die äußerste Insel ganz unten am Zipfel mehr oder weniger Und ja, da wo so viele Affen waren, habe ich ja noch gesagt Hier könnte man vielleicht AE-Grinden etc Aber es ist hier dann doch ein Szenario geworden Und ja, ich muss sagen, die ganzen Szenarien sind recht kurzweilig Machen aber unheimlich viel Spaß Die jetzt hier, naja gut, die erste Phase nicht so Die zweite Phase ist hingegen ziemlich cool Aber das sogenannte Braufest zeige ich euch im Verlauf des morgigen Donnerstags Beziehungsweise freitags noch ein ausführliches Video Das macht unheimlich viel Spaß Und ja, wir sind jetzt hier gleich in Phase 2 Der gute Braumeister ist hier am Braukessel angekommen Hier in aktive Strandbombe Haben wir gleich natürlich erstmal geklickt, was das denn sein könnte Und hier links ist auch noch eine Kanone, die man benutzen kann Und ja, Phase 2 bringt 100 Becher Ungarbier zum Ungarbraukessel Das hat ein bisschen länger gedauert, weil wir nicht verstanden haben Wo wir das Bier finden werden Und naja, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt Dass wir, dass im Idealfall zwei Spieler sich jetzt hier auf die Reise Über die komplette Insel machen müssen Und dort überall so kleine Fässer und Krüge einsammeln müssen Und dann wieder hier hin zurücklaufen Und einer sollte immer bei dem guten Braumeister sein Denn ja, rechts von uns sieht man jetzt gerade nicht Aber gleich befindet sich so ein Piratenschiff Und die schicken hier diese Inseläffchen Jetzt bekommen wir auch den Hinweis Durchkämmt die Insel, um das Gebräu blablabla zu finden Aber stellt sicher, dass ihr jemanden in Bosnähe zurücklässt Und das dient einfach dazu, dass man ihn hier ein bisschen unterstützt Und vor allem beschützt Denn die kleinen Äffchen sind ganz schön dreist Die würden uns sonst den Bierfortschritt, den wir ja gerade unten in der Leiste sehen Äh, wieder zunichte machen und klauen Und ja, deshalb Ich habe mich mittlerweile in die Kanone gesetzt Und naja, töte die Affen hier gerade Die hier, äh, den Strand entlang kommen Um das Bier zu klauen Und ja, das klappt mehr oder weniger gut Die Kanone hat nur einen eingeschränkten Radius In der man sie sich drehen kann Ihr werdet das sehen Ich komme jetzt hier nicht weiter nach links Deswegen bin ich jetzt hier wieder abgestiegen Hab mir dann, glaube ich Ne, hab mir gar keine, ähm, Bombe genommen Man hätte jetzt hier auch eine Bombe nehmen können Und die ganzen, ähm, Äffchen hier töten können Aber, naja, mach ich jetzt hier sogar Und ja, das macht halt schon Bock Also, auch wenn ihr das Video jetzt hier erst seht Und sagt, hm, doof Spielerisch ist es dann doch schon wieder was ganz anderes Und es macht wirklich Spaß Ja, wie gesagt, im Idealfall sollten Ähm, zwei sich auf die Reise über die Insel begeben Und dann wirklich den, äh, Biervorrat Ich zeige das jetzt hier gleich auch nochmal im Verlauf des Videos Wollte jetzt hier erst nochmal schauen Ob ich das Piratenschiff da hinten treffe Treffe ich natürlich nicht Und, ja, ich steige jetzt aus Hol dann nochmal ein Fassbier Es gibt zwei unterschiedliche Arten Einmal nur ein Krugbier Und einmal ein Fassbier Das Ganze ist gekennzeichnet mit so gelben Ah, ihr seht das hier schon Diese gelben, ähm, Quest-Items mehr oder weniger Das ist jetzt nur ein kleiner Becher Also ein kleiner Krug Ähm, auf dem Rücken habe ich jetzt zwar eine Fass-Animation Aber, ähm, naja, wenn man das abgibt Bringt das nur circa drei Punkte Und wir brauchen ja 100 Punkte Und so ein großes Fass, was wir uns jetzt gleich noch holen Das werdet ihr jetzt gleich sehen Ich hoffe, der andere Kollege ist gerade in die Kanone gegangen Denn da kam schon wieder eine Welle von Angreifern Ähm, genau hier unten ist so ein großes, ähm, Ungar-Festchen Und das bringt 15 Punkte Und mit diesen 15 Punkten Ihr seht ja oben Braufortschritt, ähm, 89 von 100 Haben wir dann die Quest mehr oder weniger erfüllt Ähm, ja, ich habe jetzt hier nochmal eine Bombe genommen Habe die dann da vorne platziert Das Ganze zweimal Dann sind die Mobs fast tot Und ja, mein Fass werfe ich jetzt hier noch rein Genau, letzte Phase bezwingt Kapitän Ugg Ähm, der kommt jetzt vom Schiff Man kann allerdings, ähm, ja, nicht mehr mit der Kanone feuern Ihr werdet das jetzt hier nochmal sehen Der Spieler Zwiespältig Welcher jetzt hier einfach bei uns mit in der Gruppe war Den kenne ich persönlich nicht Er hat hier probiert, direkt den Kapitän Ugg abzuschießen Das geht leider nicht Sondern, ja, der gute Mob-Tanker muss dann wirklich Seinen Namen alle Ehre machen und den Mob tanken Ähm, auch, wie gesagt Wir brauchen hier keinen Tank Wir brauchen hier keine Heiler Man braucht eigentlich nur DD Auch wenn der Priester jetzt in unserem Falle wirklich, äh, Heelspect war Ihr seht das ja hier Und ich probiere jetzt hier dennoch nochmal mit der Kanone Den Kapitän Ugg zu beschießen Das geht leider nicht Das ist hier nochmal Dot Der hier für 15.000 tickt Deswegen, ja, einfach weiter drauf DPSen Hier ist jetzt gerade noch eine Orange auf den Boden gefallen Ähm, die sollte man, ich sag mal, weit weg vom Boss werfen Ich hab das erst total nicht gerafft Äh, hab's dann zu ihm geworfen Aber ihr müsst wirklich, äh, dafür sorgen Dass die, ähm, Orange weit weg geschmissen wird Der Priester hat das mittlerweile verstanden Ich hab's noch nicht so ganz verstanden Er schmeißt das nämlich jetzt möglichst weit weg Denn auf Käpt'n Ugg ist dann so ein kleiner Krankheits-Buff Der ihn dann, naja, dahin ziehen lässt Allerdings möglichst Snow Und ich, ihr seht, ich geb wieder hin Hol die Kanone, hol die, äh, Orange Wollt ihr jetzt mal schauen, was das denn eigentlich ist Werft eure Orange bis zu 40 Meter weit Und, ja, man sollte sie halt möglichst nicht, äh, zu dem Käpt'n Ugg werfen So wie ich's gemacht hab Sondern möglichst weit weg von ihm zu werfen Also bis zu 40 Meter könnt ihr das Ding weit wegwerfen Und, ja, das war's schon Äh, Ungar Ingo Die, das Szenario aus Mist of Pandaria Dauert circa 15 Minuten Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Sage bis demnächst Und haut da rein Ciao 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 Ciao